Ihr seid wie ich ein großer VGA-Fan? Dann bleibt dran! Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf meinem YouTube-Kanal. Genau, das soll so ein Retro-Format werden, wo ich immer mal wieder irgendwas mit Retro-Spielen hier präsentieren möchte. Und heute habe ich mich erstmal, oder für die erste Folge, habe ich mich für meine VGA-Sammlung entschieden. Und also nicht nur VGA-S, sondern ich habe hier auch noch ein paar originalverpackte Sachen. Und am Ende zeige ich euch nochmal mein größtes Highlight in meiner Sammlung. Ich muss nochmal dazu sagen, meine Sammlung ist sehr groß. Ich habe, wie gesagt, nicht nur VGA-S, ich habe noch originalverpackten Kram. Ich habe auch, ihr seht ja hier im Hintergrund, ist schon ein bisschen leer. Ich habe noch limitierte Versionen von Spielen. Ich habe noch, ja, alte Super-Nintendo-Spiele mit Verpackungen, N64-Spiele. Und ich möchte so nach und nach das alles zeigen, auch meine Konsolen und sowas. Genau, vielleicht werde ich auch mal einfach ein paar Spiele anmachen, euch die mal so zeigen, wie man so früher gezockt hat. Genau, angefangen möchte ich jetzt aber erstmal mit so meinen Schätzen. Die Schätze meiner Sammlung. So, dann wollen wir mal anfangen. Als erstes, das ist noch relativ neu. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Die alten Game & Watch. Die alten Game & Watch Module von Nintendo. Da kam ja, als Mario 35 Jahre alt wurde, kam so eine limitierte Version raus. So, Sie machen es glaube ich ganz gut. Genau, das ist Game & Watch Super Mario Bros. Da soll wirklich der alte Super Bros Teil drauf sein. Da soll noch Super Mario Bros 1, Super Mario Bros 2, ein Game & Watch Ball Spiel und ja, die Uhr. Kann ja einmal hinten noch zeigen. Die vier Sachen sollen da drauf sein. Ich weiß es nämlich nicht. Es ist nämlich noch original verpackt. Habe ich gesehen und es war Black Friday und da war ein riesen Rabatt drauf. Da habe ich gesagt, komm, nehme ich mit. Ich kann mit den Game & Watch jetzt nicht so viel anfangen, aber ich dachte, es sieht einfach schön aus und ist original verpackt. Warum also nicht? Genau, das war so das erste Ding. Dann habe ich, muss sagen, fast meine komplette Sammlung habe ich von eBay Kleinanzeigen. Immer wenn ich mal einen Schnapper sehe, dann greife ich auch direkt zu. Genau, das nächste ist Super Mario Maker als, heißt die Special oder Limited Edition. Auf jeden Fall in einer besonderen Version, wie gerade der hier sieht immer, ist immer die Lampe hier zu sehen. Da ist sie weg. Genau, ich kann das gute Stück ja mal ruhig aufmachen. Da ist nämlich noch das Spiel drin. Es ist noch verschweißt, wie ihr seht. Genau, es ist noch verschweißt. Und dazu gab es nämlich diese schöne Art Book. Und da sind dann so... Genau. Eben das Design von den Mario Maker Spielen. Da ist dann so alles ein bisschen abgebildet. Ich muss sagen, ich bin ein riesen Mario Fan und habe den ersten und den zweiten Teil auch gespielt. Und als ich dann dieses hier bei eBay Kleinanzeigen gesehen habe, habe ich direkt zugeschlagen. Weil ich das einfach... Ich finde es einfach schön. Sieht einfach schön aus hier mit dem kleinen Bau Mario. Genau, und was hier auch noch steht, ist es hat den Gamescom Award 2015 bekommen. Da ist so ein kleiner Sticker drauf. Finde ich einfach nett. Ist einfach ein nettes... Ja, ein nettes Stück in meiner Sammlung. So, gehen wir weiter. Zu diesem Spiel. Ich weiß nicht, wer das so alles kennt, aber das hat man bei uns hier in Deutschland nicht bekommen. Weil das... Ich habe damals mir immer die Enzoom geholt. Das ist so eine Zeitschrift. Ähm, ja, so eine Zeitschrift für Nintendo für... Also... War das nur Nintendo 64 oder allgemein Nintendo? Ich glaube, später waren da auch Gamecube-Sachen drin und so. Aber erst mal war es eine Zeitschrift für Nintendo 64. Und da waren dann auch immer so eine Charts abgebildet. Und dann habe ich immer dieses Wort gesehen. Aber ich hatte eben kein... Wie soll ich sagen? Keine Bilder dazu. Die haben sich immer nur in meinem Kopf abgespielt. Ich denke mir, oh mein Gott, was muss das für ein heftiges Spiel sein, dass sie nicht mal die Bilder dazu zeigen dürfen. Genau, und dieses Spiel ist... Hexen. Hexen ist im Endeffekt nichts anderes als so ein Spiel wie Doom. Genau. Wenn man sich auch die Bilder hier hinten anguckt... Es ist nichts anderes, so. Ja, wie damals die Doom-Teile, ne? Es war ein Ego-Shooter-Spiel, was zur damaligen Zeit... Wann kam das denn raus? 97, 98 oder so müsste das sein. Ja, 97. Was gab es denn da für Ego-Shooter-Spiele? Also wirklich. Ähm... Ne, und ich habe es auch noch original verschweißt hier, ne? Genau. Hier auch nochmal eine Altersfreigabe, nicht unter 18. Genau, früher gab es ja kein USK oder so. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Früher wurde das so abgebildet. Na, stellt er sich noch scharf? Naja, bist du 3 bis 10? Lieber nicht, bist du 11 bis 14? Dann auch nicht. 15 bis 17 ist schon okay. Und über 18 definitiv. Da, so kann man das schön sehen. Finde ich super lustig einfach. Genau. Als ich das dann auch gesehen habe, ich musste mir das holen, weil... Das war früher in meinem Kopf so ein heftiges Spiel irgendwie gewesen. Warum auch immer. So, jetzt kommen wir auch nochmal zu einem Spiel. Das ist nochmal extra verpackt, was ich ganz schön finde. Denn das ist schon etwas... Ja... Ich denke mal, das ist so... Wie nennt man das? Sonnengebleicht? Also... Es hat ein bisschen diese knalligen Farben verloren. Kann ich gleich nochmal genau zeigen. Warum ich mir dieses Spiel geholt habe. Ich war damals... Das gibt es ja heute auch nicht mehr. So Videotheken. In Videotheken habe ich mir halt auch immer so Spiele ausgeliehen. Und auch schon sehr früh. Ich habe da für den Super Nintendo mir Spiele ausgeliehen. Und danach eben später auch für den Nintendo 64. Und Leute, die mich kennen, wissen, ich war schon immer ein großer Kampfspiel-Fan. Genau. Und dann habe ich dieses Spiel gesehen. Biofreaks. Genau. Und jetzt sieht man hier... Ne, da ist der. Das Nintendo-Zeichen ist schon sehr verblichen. Die Farben von dem Cover... Er ist natürlich sowieso blass hier. Er ist jetzt einfach noch ein bisschen blasser als blass. Aber so dieses Cover zum Beispiel. Also nicht Cover. Na? Der Titel. Eigentlich ist das Bio richtig schön rot. Dann hat das so eine grüne Umrandung. Das sieht man alles leider nicht mehr. Ja. Und hinten ist es nämlich... Hinten sind die Farben wieder schön. Also da sieht man halb echt, das stand irgendwo so. Und die Sonne ist immer schön raufgeballert. Und hat es leider ein bisschen... Verbleichen lassen. Ich muss mal kurz was trinken. Kann ich auch mal kurz hier rausholen. Das ist halt einfach nur nochmal so eine extra Hülle. Fand ich ganz nett, dass mir der Verkäufer das mitgegeben hat. Genau. Das ist halt auch noch original verschweißt. Finde ich sehr schön. Und wie gesagt, mit diesem Spiel verbinde ich Persönlichkeit auch viel, weil das so... Ja, so nach Border Combat war das halt ein richtig brutales Kampfspiel. Und das war eben auch für den N64 extra gemacht. Also du hattest da ja... Die Tastenbelegung war ein bisschen anders. Du hattest nicht vier Tasten wie auf dem Playstation Controller, sondern es gab B und A und dann eben die vier grünen, äh grünen wahrscheinlich, gelben Kameratasten. Und darauf hast du dann direkt Kombos gemacht und die beiden RL-Tasten waren auch und der Z-Trigger und das war schon ein richtig geiles Ding. Ich weiß sogar noch, dass ich das dann noch überzogen hatte. Damals in der Videothek, wenn du dann... Es hat immer Sinn gemacht, es Samstag sich auszuleihen, weil Sonntag war zu und Montag hast du es dann abgegeben. Also du hast es sozusagen einen Tag länger behalten. Ich glaube, das Spiel hatte ich irgendwie noch bis Mittwoch, Donnerstag oder so, weil ich es nicht abgeben wollte. Ich hätte es am liebsten behalten. Und genau da unten sieht man noch so ein paar Szenen aus dem Spiel. Das ist ja auch so gewesen. Heute guckst du dir natürlich zu allen YouTube-Videos an. Früher hattest du drei Bilder auf dem Spiel und musstest jetzt entscheiden, kaufe ich es oder nicht. Das war unsere einzige Werbung dafür. Aber deswegen habe ich auch so viele Zeitschriften mir gekauft, damit ich halt immer aktuell bleibe. Und eben ein bisschen mehr davon sehe. Zum Beispiel Hexen, wie gesagt, dazu gab es gar keine Bilder, weil das hier in Deutschland, wie nennt man das, indiziert war? Oh, machen wir weiter. Kommen wir jetzt zu einem Super Nintendo Spiel. Ein Super Nintendo Spiel. Das Spiel ist ein Arcade-Klassiker. Und habe es mir eigentlich auch nur deswegen geholt, eben weil es ein Klassiker ist und auch ein Super Nintendo Spiel. Die Rede ist von Space Invaders. Genau, finde ich halt super cool. Hat noch den Schnippel hier oben dran. Ist leider hier so ein bisschen verbeult. Kann man nichts machen, aber ich finde, das ist ein schönes Spiel für die Sammlung. Space Invaders kann man machen. Wie gesagt, hat einfach ein... Es hat einfach ein Klassiker, wie soll ich denn sagen, Status. Der Status ist einfach classic. So, kommen wir jetzt zu meinen VGA's. Es gibt ja nicht nur die Firma VGA, es gibt auch noch die Firma UKG. Das war mein erstes, was ich mir geholt habe. Einfach auch, weil es ein Schnapper war. Ich kann es ja ruhig sagen, das Spiel habe ich günstiger gekauft, als es damals rausgekommen ist. Das Spiel ist 2010 rausgekommen und hat, glaube ich, 50 Euro gekostet. So viel habe ich nicht ausgegeben. Was ich irgendwie... Also ich habe den Typen das auch so gesagt. Du, ich würde dir so und so viel geben. Das Spiel ist aber mehr wert. Nur, dass er es auch weiß. Weil es ist ja Quatsch. Es ist ja wirklich einfach Quatsch. Die Rede ist hier von Metroid Other M Billy Wee. Genau, ich kann es ja mal ein bisschen dichter ranhalten, dass man da den Text vielleicht auch lesen kann. 2010 kam es raus. Hatten 90 plus Bewertungen. Was ich eigentlich nicht schlecht finde. Und wie gesagt, ich habe es für weniger bekommen, als es damals rausgekommen ist. Und klar, ohne diese Bewertung wäre es auch immer noch normale 50 Euro wert gewesen, sage ich mal. Jeder weiß ja, Nintendo spielt einfach nie günstiger. Gerade keine Mario-Titel, Zelda-Titel oder Metroid-Titel. So, und das hat hier genau... Das hat kein VGA, sondern UKG. Und aus irgendeinem Grund ist dieses UKG nicht so anerkannt wie VGA. Warum? Keine Ahnung. Sie machen nichts anderes. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil wurde diese Firma später gegründet. Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall so. Ich finde das ganz schön. Es ist ein Metroid-Spiel. Genau, mit einer 90 plus Bewertung. Einer Meinung nach kann man da eigentlich nichts falsch machen. Jetzt noch mal trinken. Weiter geht's. Kommen wir jetzt zu einem Spiel. Jetzt kommen wir zu meinen zwei VGA-Spielen. Das habe ich hier auch nochmal extra verpackt gelassen, weil... Schaden tut es ja nicht. Das Spiel ist von 2001. Ist die deutsche Version. Hat eine 75er-Bewertung. Und heißt... World's Scaryst Police Chases. Das Spiel ist nicht so bekannt. Ups. Ich fand es aber eigentlich ganz schön, weil es ein Playstation-Spiel ist. Und weil es die deutsche Version ist. Und genau. Ich habe es super günstig geschossen. Das waren eher so die Gründe, warum ich es mir überhaupt geholt habe. In diesem rasanten, beklemmenden und abgefahrenen Polizeieinsätzen bleibt niemand verschont. Von Drogendealern über entflohene Häftlinge bis hin zu volltrunkenen Autofahrern. Als Officer der US-Police entgeht ihnen nichts und niemand. Mit quietschenden Reifen und spektakulären Festnahmen sorgen sie in ihrem Bezirk für Ruhe und Ordnung. Genau. Das ist so eine Mischung aus Driver und GTA und sowas eben. Diese Spiele waren ja damals auch sehr beliebt. Hast ja verschiedene Autos, hast mehrere Einsätze, weitläufige Städte, also ein Open World. Ich fand es einfach lustig und schön. Genau. Hat eine VGA-Bewertung, 75. War ein Schnapper. So, jetzt kommen wir zu einer Gold-Bewertung. 85er Plus. Das Spiel ist von 2009. ist die UK-Version, also Peggy, nicht US-Call. Und das ist einfach... Das Spiel ist einfach auch ein Klassiker. Nämlich Tales of the Pornia, Dawn of a New World. Genau, ist auch ein Wii-Spiel. Hat 85er Plus. Gold. Habe ich auch super günstig geschossen. Muss ich einfach sagen, war ein absoluter Schnapper für mich. Ja, was soll ich noch erzählen? Da habe ich gar nicht lange gefackelt, habe ich direkt zugeschlagen. Tales of the Pornia kennen bestimmt viele von euch. Ist so neben Final Fantasy auch eine große Japano-Rollenspiel-Reihe. Genau. Das waren so meine zwei VGA's und mein UKG. So, und jetzt zeige ich euch nochmal mein ultimatives Highlight. Das hat einfach nur für mich den größten Wert, weil ich da auch mit Herz dran hänge einfach. Ihr wisst alle, ich bin ein... Wissen vielleicht nicht alle, die es jetzt sehen, aber die meisten, die mich vom Twitch kennen oder auch von Turnieren oder irgendwie so wissen, ich bin ein leidenschaftlicher Fighting-Game-Zocker. Und da gehört natürlich Street Fighter mit dazu, da gehört Tekken mit dazu, Mortal Kombat. Und es gab auch mal eine Version, die hieß Street Fighter Cross Tekken, wo einfach alle Street Fighter und Tekken-Charaktere sich gegeneinander prügeln können. Das war ein 2 gegen 2 Prügelspiel. Und die Tekken-Charaktere waren dann so im Stile von Street Fighter 4. Und ja, ich hatte mir das vorbestellt und habe dann mitbekommen, dass dort, also das war in Hamburg bei Saturn, der an der Mönckebergstraße, dass die beiden Macher dahin kommen. Der Street Fighter-Macher und der Tekken-Entwickler. Und man konnte sie dort treffen und Fotos machen. Und ich kann euch ja auch mal hier jetzt das Foto einblenden, was ich dort gemacht habe. Man sieht das vielleicht auch an meinem Gesichtsausdruck, wie nervös ich die ganze Zeit schon vorher war. Und es war einfach Hammer. Ich war mit meinem kleinen Bruder da, der genauso ein großer Fan ist wie ich. Und dann habe ich mir diese Box von beiden unterschreiben lassen. Das hier ist der Street Fighter-Macher, ich glaube, Yoshi Ono. Und hier der Tekken-Entwickler mit dem kleinen Haihachi-Smiley. Ich finde das supergeil. Ich finde das wirklich supergeil. Ich blieb da auch noch ein bisschen länger stehen. Hier sind die beiden. Er ist Tekken. Und der links, also... Ach, wo ist er denn? Da. Das ist der Street Fighter-Macher. Genau, und dann hat er mir das hier auch noch mal unterschrieben. Das sieht man nicht so gut da jetzt. Genau. So, und er hat da unter noch was hingeschrieben. Ich kann leider kein Japanisch. Ich weiß nicht, was das heißt. Ja, das hat für mich so den größten emotionalen Wert. Einfach, weil ich ein riesen Street Fighter-Fan bin. Genau, das war meine kleine, aber feine Sammlung. Also so, ich sag mal, meine Highlights. Wie gesagt, ich habe noch viel mehr. Ich werde dann vielleicht noch weitere Videos machen. Die ich hier noch original verpackt habe. Werde ich auch mal vielleicht zu VGA schicken. Und die bewerten lassen. Vielleicht mache ich daraus dann auch mal ein Video. Ich weiß das alles noch nicht so genau. Wie gesagt, das war jetzt so mein erster Test erstmal. Überhaupt mal gucken, wie gut das ankommt. Ich weiß selber, das sind jetzt hier nicht so die, wie soll ich sagen, kein Mario vom NES oder Super Mario World vom SNES oder so. Trotzdem fand ich es ganz interessant. Also wie gesagt, ich habe die günstig geschossen bei eBay-Klananzeigen. Und genau, wer da irgendwie, glaube ich, Interesse hat, kann mich da verstehen. Ja, ich werde definitiv noch weitere Videos in so einem Format raushauen. Vielleicht werde ich auch mal, wie gesagt, ich möchte das irgendwie so ein bisschen Retro nennen. Retro, ich habe noch so nicht den richtigen Namen jetzt gefunden. Es soll aber so ein Retro-Format werden, wo ich dann auch mal alte Spiele zeige. Oder eben aus meiner Sammlung. Ich habe hier wirklich haufenweise Spiele. Auch hier im Hintergrund noch. Ich habe noch alte Super Nintendo-Spiele, auch mit dem Karton noch. Ich habe N64-Spiele mit Karton und so. Ich glaube, ich werde das so nach und nach alles mal raushauen. Wenn ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt oder wie auch immer, schreibt es gerne in die Kommentare. Auch Verbesserungsvorschläge, ich bin für alles offen natürlich. Genau, ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Und da sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.